Willkommen zu einem neuen Video auf dem Teile-Kanal. Vor einiger Zeit habe ich ein Video gemacht, in dem erklärt wird, wie ein Ladeluftkühler dazu führen kann, dass der Motor an Leistung verliert. Ich lasse Ihnen den Link, falls Sie ihn noch nicht gesehen haben. In diesem Video habe ich erklärt, dass es an dem daran befindlichen Öl lag, das den Luftdurchgang erschwerte. Hier, wie Sie sehen können, ist dies ein weiterer Ladeluftkühler-Kühler, der außen vollständig verstopft ist. Es ist sehr, sehr schmutzig. Hier ist das Problem, dass es einige Zellen hat, dass die Außenluft, wenn sie durch sie strömt, die Luft im Inneren kühlt, aber da es so verstopft ist, kann es diese Funktion nicht erfüllen, und als Folge davon, die Luft kommt heißer als sie sollte in den Zylinder und Sie wissen bereits, dass heißer weniger dicht ist und daher weniger Sauerstoff enthält, dann wird die Explosion im Zylinder weniger stark sein als sie sein sollte und das wird das machen Motor verliert Leistung. Okay, pass auf diese Dinge auf, nun, hier überlasse ich Ihnen dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Was ist für Sie nützlich war, wenn Sie nicht mit der Wunschung haben, Sie kochen Sie nicht auf, du금i, die Luft nicht auf, du금i und das dort in die Luft geöffnet hat, und für Sie, wenn Sie nicht, um die Luft geöffnet hat, oder wie Sie nicht, um die Luft geöffnet hat, Vielen Dank.